Hallo Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge, beim Meinwelle, hier suchen wir einen Scammer, das hier, bin gespannt, aber Scam, wenn ja, dann kommt doch in meine Scammerliste, das schreibe ich Ihnen hochpersönlich an. Ey, bitte nicht jetzt wohl gleich in einem Hochhaus, Mann. Ich sehe... Ach, der hat nicht mal Tiers in seinen Augen. Ich würde jetzt gerne in einem Publikum gucken, da würde ich das sehen. Musik 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 Na komm Musik 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 Fingerplay, natürlich Aber wie heißt das? Da... Da... Na komm, geh ich mit zu dem, was es ist. Wieso scamst du? Wieso scamst du? Wieso scamst du? Oh, lass mal rein. Oh oh. Da, hold up! Jetzt bin ich nämlich hier der Chef. Ja, ich wusste, dass er hier keinen Bier hat. Wer mich scammen will, da kannst du bei wen morgen probieren. Wer scammt? Zu viel! Scammer sind hier auf dich. Oh. Hab es gerne. Ja. Hä? Hä? Los, geh lieber selber rein! Blatt auf Zucker... Nee, warte! Wann hier heißt er? Mann... Zucker... Wann hier? Wann hier? Oh, blöck! Mann, ich blot, warte! Wann hier? Das Scammer passt auf. Also Leute, das war es jetzt mit der nächsten Scammer-Folge. Ich habe ihn komplett hops gerammt. Der hat mich auf seinen Plot leider geklickt. Ciao Leute.